Ich bin der faulste Sack auf ganz YouTube. Wenn ich vom Wohnzimmer in die Küche will, dann stehe ich nicht mal vor meinem Stuhl auf. Aber weißt du, was das Beste am Faulsein ist? Richtig, man findet für jeden Mist eine entspannte Lösung. Handy halten? Nee, danke. Im Homeoffice richtige Kleidung tragen? Auf gar keinen Fall. Die Wohnung selber putzen? Glaubst du doch nicht selbst. Denn dafür habe ich den Dreckspurdetektiv hier geholt. Der Euphi-Roboter-Staubsauger erledigt das auf Tiefenentspannt. Denn eins kann ich dir sagen, meine drei Tiere haben Haare. Und davon liegen in der Wohnung mehr rum, als sie gefühlt selbst noch am Fell haben. Aber ich sage dir eins, ich wäre nicht der Allerfaulste, wenn mein Saugroboter nicht auch bewischen könnte. Aber das Allerentspannteste für meine faule Seele, der Euphi, entleert sich auch noch selbst. Da muss ich nur alle 45 Tage mal den Beutel wechseln. Und mit dem Detangling Rollerbrush habe ich auch keine Sorge mit den Tierhaaren. Wie geil ist das denn? Und ich habe im aktuellen Fressnapf-Newsletter für euch was entdeckt. Einen Rabattcode, den blende ich mal hier kurz ein. Also wenn du mindestens genauso faul bist wie ich, dann hol dir auch einen kleinen Krümmelkomet. Und ich meine nicht Seldie, sondern den Euphi X8 Pro.